Alex Nowak hat gerade kleinere Probleme in seiner Beziehung. Es passiert ja jetzt nicht jeden Tag, dass man sich beim Geschlechtsverkehr die Rippe unter Staatswein bringt. Sag mal einfach, wer es war, okay? Sag mal, Alex, spiel mir, hörst du mir nach? Das ist ein net blauer Dildo. Verbiss dich, du Pfeife. Versteh doch. Er hat dich betrogen und verarmt. Bitte mach mich zu Papa-Steer, okay? Bitte. Bitte. Jetzt. Wir haben alle Kühlen gefüllt. Hey, Oma. Doch seine größte Herausforderung... Ihr seid heute hier, weil ihr Muschis seid. Also entschuldigen Sie, ich bin keine Muschi. Hallöchen. ...steht ihm noch bevor. Wie? Du gehst jetzt hin und sagst was Witziges? Da hast du die Situation gespannt. Du schaffst das. Oma, da hast du die Situation gespannt. Na? Na? Warst du Kacke? Sag mal, hast du gerade meine Freundin angemacht? Mann, ich hab die Schnauze voll, wirklich. Das hat doch alles, alles nichts mit Mann werden zu tun. Ja, und was hat dann mit Mann werden zu tun? Was findest du toll an der Mann? Was findest du toll an der Mann? Dass der Humor hat, dass er zuhören kann, dem man vertrauen kann und der Verantwortung übernimmt. Was ist denn los mit dir? Guck, hier ist doch echt gar nichts, oder? Das Allerwichtigste für einen Mann ist, dass er weiß, was er will. Richtig ist los. Musik Alex, was machst du da? Na ja, feiern und Spaß haben und so. Haben Sie Flugangst? Nein. Ich habe doch keine Flugangst. Wie wieder! Wie wieder! Untertitelung des ZDF, 2020